moin moin und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight ja ich hatte mal wieder los aufzunehmen ich hatte die letzten morgen nicht so wirklich zeit und auch nicht die motivation wenn ich ehrlich bin aber jetzt ist wieder soweit ich habe auch auf das gewartet und zwar auf das endgame collapse update und auf den rework von legion mein lieblingskiller ich finde ihn jetzt deutlich fairer und es macht mir spaß ihn zu spielen und deshalb fangen wir auch direkt damit an habt ihr letzten tage immer wieder mal gespielt eigentlich spiel ich immer wieder mal also generell immer wieder mal fast jeden tag so ein zwei runden hatte eine kurze pause gemacht und ja survivor läuft jetzt auch einigermaßen eigentlich auch wenn ich sagen muss ich bin schon bei survivor frank 15 gefallen und heilige scheiße sind die leute da mies die lassen sich da und sterben und du weißt nicht was du tun sollst aber ok ja mövenpick was seht ja werbung warum kommt die werbung von wo kommt die werbung von wo was lassen wir es so dann kann noch gar nichts passieren dann sind wir direkt auf der michael meyer's map ja ich spiel mit barbecue und jenny um einfach noch mal ein paar blutpunkte zu verdienen beobachten und zuschlagen monitor interviews genau ich mag die englischen namen deutlich mehr und ich weiß gar nicht wie es heißt uneinigkeit ist glaube ich dass ich sehe wenn mindestens zwei an ein generator arbeiten ja bei legion wurde die normale gefühltigkeit na klasse natürlich totem ist weg das normale schritttempo wurde erhöht das war aber nicht so clever von dir haben wir sie genau die normale geschwindigkeit wurde erhöht frenzy dauert jetzt etwas länger braucht aber auch etwas länger zum wieder aufladen doch noch gesehen ja egal okay hat er doch gerettet jetzt heißt es an hinten und ja hier können wir ein bisschen aufholen na will er den sprung ja hatte ich nichts gebracht sehr schön gut ein gen haben sie gemacht wir haben jetzt zwei hooks der eine ist wieder unten am gen der eine heilt sich da rechts der gen wird doch gleich erledigt sein da oben arbeitet keiner da oben arbeitet keiner sag ich doch sag ich doch sag ich doch sag ich doch ganz gut haben wir schon mal einen am hacken ohne ihn gedownt haben zu müssen da ist einer da hinten ist einer gehen wir für den komm bringt zwar nichts aber komm 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 hopp da eine ist vom haken sie kommt wieder an den haken komm 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 Ich hab hier jemanden gehört. Unten sind sie alle beide. Alles klar. Ja, der wird sie jetzt retten. Wird er nicht. Weil sie sich hat töten lassen. Ja, hat er versaut. Der Jail ist auch fast fertig. Da wurde sich hochgeheilt. Was sind sie jetzt hier? Entschuldigung. Unten? Jetzt wird er noch am Haken sein. Oder? Ja. Komm. Das war doch. richtig gehört ich habe das gefühl das schaffe ich ja habe ich doch nicht gesehen dann wird sie jetzt von marken gerettet sehr schön das heißt alle sind erst mal am enden sehr gut ok eine da oben anscheinend verkackt sich selbst zu heilen ich dachte er wäre näher dran ist aber nicht wichtig weil wir haben ihn trotzdem dann bringen wir ihn direkt hier an den Haken und da haben wir sie brennt zu ihm ja das ist gilt der Tat obwohl es da kommt sind wir mal nett wollen wir nicht auf ihn gehen wer wo er gerade vom Haken holt wurde auch wenn es dumm war ich meine ich habe das Mädchen aus ich habe Fängen aus den Augen verloren dein Ernst tja man macht sogar die Haken kaputt das ist aber nicht nett ach ne warte mal da ist ja gerade einer drauf gegangen hab nichts gesagt so sie hat sich geheilt sie ist da hinten fragt sich wo die Luke ist fragt sich wo die Luke ist hier ist die Luke und Endgame startet hi du wirst sterben du wirst sterben nö du stirbst durch die Kollaps du wirst durch die Endgame Kollaps sterben nö 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 ah nö 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 du wirst durch Endgame sterben hoffentlich dumm ist die Tore sind jetzt weit auseinander Ah, da hinten ist er. Jetzt geht sie definitiv drauf. Sie muss sich menden und sie muss das Tor öffnen. Wieso stirbst du nicht? Deshalb. Tschüss. Und in den Kopf. Yay. Ja. So. Ich wurde zugespampt. Ja, das war Endgame Collapse. Und das war der neue Legion. Ich liebe ihn. Genauso wie ich ihn vorher geliebt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch zeigen. Oh, eine Nachricht. Na? Reportet. Warum? Warum? Warte. Vielleicht schneide ich das noch mit rein. Ansonsten, haut rein, Leute. Tschö mit Ö. Vielen Dank.